Ja, ganz normale Logik. Ich muss mal Dodi suchen gehen. So langt meine ersten Folge, die hat ja geheißen Finde Dodi. Ah! Das! Ich bin auch nicht verdammt, werd von nem ALU95 getötet? Alter, was ist hier los? Wo bist du? Ja! Bist du schon wieder falsch gespawnt, mein Schatz? Nein, ich war auf derselben Insel. Ich bin ja durch die Passage gelaufen, vor dem Dilo weg. Und da, wo ich vorhin gestartet bin, wo der Terry lief, ist jetzt ein ALU. Nicht dein Ernst? Was ist auf der Insel los? Hey, ich will endlich meine Narkotiks hier haben. Fünfmal. Darf ich jetzt vielleicht mal spawnen? Oder hab ich hier gleich wieder so ne Fresse im Gesicht? Ja, ich hab grad nur noch die ALU-Fresse gesehen. Oh nein! Nein! Oh! Das gesteuert sich deren fucking ernst. Jetzt bin ich schon wieder hier. Wo ist der ALU? Ich will ihn wenigstens einmal gesehen haben. Nicht nur sein stinkendes Maul. Wo sind eigentlich meine Dodos? Fischfutter? Ich weiß nicht. Oder ALU-Futter? Ich weiß nicht. Wo kam denn jetzt der ALU her? Wo ist der denn? Bist du sicher, dass das ein ALU war? Da stand ALU-Saurus. Es war auch genau die Fresse. Okay. Ich erkenne das Gesicht. Mein Kater lenkt mich ab. Toll. Letzte Voraussetzung. Hä? Jetzt ist hier nichts mehr? Sag mal, wo bin ich denn grad rumgerannt? So, ich mach mal das Achtes. Was? Kann ich jetzt schon? Hä? Ist der aus dem Boden getroppt oder was? Muss Level 15 werden. Mist. Sag mal, was ist hier los? Oh, hier liegt ein Dilo-Ei. Aber ich trau mich nicht. Verständlich. Wie weit bin ich gelaufen? Hier ist der Terry. Der steckt immer noch in der Wand fest. Hey, soll ich dich schocken? Ich bin Level 21. Ja, gut. Ist okay. Ja. Hast du ja schon was gebaut? Ja. Nicht zur Welt. Also, der startet schon sehr gut. Aber ich seh den Allo nicht. Sag mal, wo kam denn der Allo jetzt her, wenn der jetzt auch nicht mehr hier ist? Brauchst du noch Narkotik werden? Ja, ich brauch Level 35. Scheiße. Ach so. Woher kann ich die Betäubungsdinger nicht herstellen? Scheiße. Ach so. So willst du die genau. Die kann man erst ab 5... Ja, ich will die speziellen, weil grad wenn Allo und sowas hier rumläuft... Ja, ja, ja. Versteh, ich versteh. Ja. Da war doch grad so ne Sau. Wo ist die Sau hin? Das frage ich mich auch. Wo ist die Sau? So, hab ich hier gleich wieder ein Allo im Gesicht? Ey, wo ist denn der? Der kann doch nicht einfach weggespawnt sein. Frisst mich und geht wieder weg, oder was? Kann sein. Jetzt will ich's wissen. Ja. Ich hab eh kein Inventar mehr und ich weiß gar nicht, wo ich gelegen hab. Muss eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Aber dass ich meine Sachen auch nicht wieder finde, finde ich voll ätzend. Halt um! Meine Dodos! Meine Dodos sind da! Oh, meine Dodos! Oh, wenigstens etwas. Ach, die Meganeuren sind auch noch hier. Schnell das Inventar nehmen. Sie hat ihr Inventar wieder gefunden. Das erste. Das erste. Das erste. Alter, das Schwein. Über 300 Fleisch. Scheiße, ich ähm... Ja. Schön, ähm... 400 Fleisch. Scheiße. 400 Fleisch. Und Leder. Leder. Genau. Was ist denn hier falsch? Werde ich jetzt verfolgt oder nicht? 550 Fleisch. Was greift mich an? Sind das die Meganeure? Ach nee, die werden... Die Dodos! Oh nein! Kompi hat mein Dodo getötet. Ich glaub, das hackt. Ich weiß nicht, warum du immer so viel Glück hast. Ich bin tot! Die Meganeure! Ich glaub, dass sie ihr Inventar hat, ist sie auch schon wieder tot. Mein Dodo! Mein Dodo! Ich bin dann rein erheblich! Das stimmt! Du denkst dir definitiv das Falsche, Dori! Das Gemeine daran ist aber, ich bin an genau dieser Stelle vorhin rumgerannt. Ich hab J gebrückt und da war nichts gewesen. Meine Sachen lagen nicht da und die Dodos nicht. Jetzt geh ich da nochmal hin, nachdem ich nochmal gestorben bin. Und dann liegt mein ganzer Scheiß da. Was soll denn der Scheiß? Wo ist denn da die Logik? Und nochmal auf dieser Scheiß, ich muss euch mal endlich finden. Wieso sucht ihr mich nicht? Ihr macht mal euer Ding, ihr sagt mir nicht wo ihr seid. Lasst mich hier rumirren. Das stimmt doch gar nicht. Ja? Ich hab ne Sau am Arschkopf. Ja. So siehst du schon aus. An der Spitze von der Insel von dem Bogen, da musst du hin. Jetzt geh ich meine Sachen holen. Dodo lebt noch! Dodo lebt noch! Dodo lebt noch! Oder? Ne, das sind die Kompis, oder? Ne, warte, hä? Wenn ein Dodo tot ist, musst du ne Meldung bekommen haben. Mann, da sind schon wieder tot! Dori fällt vom Stuhl! Ne, ich bin grad mit der Hand gegen Swiguro. Alter, das ist witzig! Diese Mega-Neurer, die sind ekelhaft! Und ich war dabei, oh man, die Dodos, die leben noch! Aber der eine ist doch eigentlich gestorben. Hatte ich da nicht eine DOS-Anzeige? Ja, ich sollte mal die aktuellste Zeitung lesen, glaube ich. Puh, ey. Die aktuellste Zeitung. Oh, jetzt spaw nicht genau hier! Was ist denn mit denen nicht richtig? Oh, ne! Jetzt bin ich auch Level 20! Oh, ne! Jetzt bin ich auch Level 20! Oh, ne! Was? Was? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Scheiße! Du wirst es nicht wissen! Du wirst es nicht wissen! 28! Das ist so krank! So, ähm... Ja! Ja, ich bin halt fleißig, weißt du! Ja, ich habe also auch gerade eine Sau getötet! Und Dori, die rennt ja bloß rum und stirbt! Ich bin durch ja nicht! Die Arme! Dori, wo bist du denn jetzt auf der Karte? Dann suche ich dich! Ja, ich bin immer noch bei der Stein-Passage! Wo ist denn die Stein-Passage? Ich glaube, die da, in diese Richtung! Ja, bei dem blauen Strahl, da! Alter, ich habe keinen Scheiß-Sperm mehr! Was soll denn der Scheiß, hier? Nein, das ist auch die andere! Was? Alter, du bist behaart im Gesicht! Ja! Wie im realen Leben! Jo, wir brauchen Metall! Ich brauche eine Schere! Ah, ne! Da packt er gleich die Pickhacks aus! Das gefällt ihm nicht! Alina! Alter! Was war das? Ein Scheiß-Stich von diesem Mega-Neurand! Ich bin tot! Und jetzt höre ich... Ah! Also wir brauchen unbedingt ein Haus! Wir brauchen unbedingt ein Haus, wo man so auf so ein Ding hinhängen kann mit Stichliste! Nee, wir brauchen einfach mal jemanden, der mich verdammt nochmal abholt! Ich weiß nicht mehr, wo ihr jetzt seid! Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll, verdammte Scheiße! Ihr macht euch ja chilliges Ding und ich sterb hier! Boah! Was heißt hier chilliges Ding? Chilliges Ding, wir beobachten die Glühwimmchen, die äh... Also ich hab Angst! Nee, also, sag mal... Chilliges Ding, ey! Alter Schwede! Tobi! Ja, ihr seid zu zweit! Ihr baut doch scheinbar irgendwas auf! Ihr levelt ohne Ende und ich sterb hier nur die ganze verdammte Zeit! Und kriegt nicht mal ne Info, wo ihr seid! Nein! Was? Wir sind bei 30... Ja, damit kann ich nix anfangen gerade! Warum? Ich muss grad erst mal wieder zu meinen scheiß-fucking-Sachen rennen! Die ich jetzt schon dreimal aufgenommen hab... Siehst du die Kano- oder Vulkaninsel? Ist das da? Oder siehst du die Insel vom Blauen Ark? Na, ihr... Ihr wisst doch, wo die... Wo diese... Dieser Steinbogen zum Durchgehen ist! Es gibt zwei! Das ist der Süden! Wir sind ja in der Mitte! Der Süden der Insel! Auch Bären! Oh, scheiße! Ich bin am Arsch! Also der untere! Aber dann bist du ja ganz in der Nähe von uns! Ja, die ganze Zeit schon! Aber ihr sagt ja nix! Nein! Wir hören ja bloß... Scheiße tot! Scheiße tot! Nein! Ganz am Anfang hab ich gesagt, ich bin auch da unten bei diesem Steindurchgang! Komm doch mal bitte auf mich zu! Ja! Nichts passiert! Zwei von diesen Steindurchgängen, meine liebe Du! In der ganzen Geschichte! Naja, aber er weg meinte er, er wäre da bei mir! Oh, ich hab meine Leiche hier! Ja, ich bin ja bei Amon, ähm... Ja, ich bin jetzt bei dem Steindurchgang! Oh Mann! Jetzt beweg dich doch mal! Was soll denn das? Wieso kann ich mich verdammt nochmal nicht bewegen? Oh, scheiße! Nee, wirklich! Dieses Spiel kotzt mich echt an, wenn man anfängt! Man kann nichts machen! Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Jungs! Da drauf gehen! Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Was hast du jetzt gemacht? Ich bin auf Hauptmenü statt auf Optionen kommen! Oh nein! Outtack Nummer 2! Eww! Ich geh mal schnell zu deiner Leiche oder... Ja! Ja, ich bin gewidmet! Ich glaub, du liegst recht safe eigentlich! Zwischen den Torbogen! Ja, da hinten ist nix! Ich geh grad nach vorne und plättel mal so weit ein bisschen die Dillose und das Ganze! Ja, ich bin ja gewidmet auch! Also, ich bin jetzt bei dem Steinbogen durch, Dori! Dori? Noch da? Ach, die Wandern! Jetzt bin ich am anderen Steinbogen oder was? Das erste Mal heute! Boah, ich krieg's kotzen! Wie soll ich denn jetzt zu dem anderen hinkommen? Boah, hier kann ich ja eigentlich wieder ins Wasser rennen und mich töten lassen, ey! Boah, dieses Spiel, das macht richtig... Oh, jetzt ist da ein Kompi! Ja, komm, töte mich! Hier, komm her! Los! Ja, steh nicht vor mir rum! Töte mich, verdammte Scheiße! Endlich! Ach, noch einer! Ja, ja, schön! Hier! Wow! Level 60, Mara! Ja, wenigstens etwas! Oh, ey! Das muss ich jetzt noch hunderttausendmal machen, bis ich bei meiner scheißverdammten Tasche lande oder was? Ich bin jetzt ziemlich weit runter gelaufen! Jetzt bin ich schon wieder bei der anderen... Wie ist denn hier dieses Spawnverhalten? Das ist ja wohl für, für, für einen Arsch! Hier, Pego! Töte mich! Spring mich an und töte mich, du Arsch! Hier! Jetzt hat er mir nur eine Brille geklaut! Alter, willst du mich verarschen, du Penner? Gib mir die Brille wieder her! Wie die scheiß Brille haben! Alter! Ja, dann geh halt! Äh, äh, Juli, sind diese, diese, ähm, bekannten Dori-Momente? Ich hab mich selbst getötet, wie eigentlich wirklich... Achso... Ja, super! Ich hab mit dem Stein gehauen und bin gestorben! Wow! Vermutlich! Im Thorischen Königreich! Bebe! Ey, ich hab ja schon gesagt, der Anfang von Arctis ist bei mir immer sehr aggressiv! Also ich rastele jedes Mal aus! Liebe Zuschauer, nix denken! Das ist alles normal! Alles normal! So, an welchem fucking... Jetzt bin ich bei gar keinem Thorbogen! Wow! Alter! Alter! Erschreckt mich nicht so, ihr Viecher! Oh, ich hab gepupst! Ihr blöd Käppi! Ihr blöd Käppi! Kann ich... Kann ich... So, ich bin jetzt an der Spitze der Insel nach unten wieder gelaufen! Story zu suchen, da ist aber nix! Echt da? Sehr interessant! Da ist nicht mal ein Pego! Habe ich kein Leder mehr? Fuck! Naja... Vielleicht hat dich jemand beklaut! Aha! Ich wusste nicht! Er ist ja gleich wieder da! Ist ja kein Problem! So, ich rückte ja... Achso! Jetzt ist mein Inventar da! Hä? Äh... Ego! Ne! So viel Bären habe ich noch nicht! Oh nein! Oh nein! Geh weg! Geh weg! Nein! Nein! Oh, ich hab gezämt! Das war knapp! Nein, nein! Oh, ich hab gezämt! Euer Ernst! Level 15! Nachen Taming! Oh! Oh! Oh, das ist nicht... Äh... Ich hab heute schon probiert! Äh... Ich hab 2300 Bären im Inventar gehabt und ein 150er war es glaube ich! Hm! Okay! Wieso ist denn der... Wieso ist der passiv? Wie konnte ich nochmal... So! Neutral! Er hat mir alles geklaut und ist abgedampft! Nett! Sorry! Kannst du mal auf die Karte gucken und mir sagen, wo du bist? Die Karte ist ausverkauft! Okay! Keine Ahnung! Ich bin hier im Dunkeln! Ähm... Wir auch! Ich bin... Da wo... Da wo diese... Einbuchtung reingeht, da drüber links! Also ganz am anderen Arsch der Welt! Also bist du ungefähr bei... Ja... 75! Andere Seite! Ja... Ich bin ständig woanders, ey! Und an meiner Tasche komme ich nicht ran, wie in die ganze Scheiß... Insekten... Ich bin grad genau auf der anderen Seite von der Spitze, sozusagen! Also ich renne jetzt einmal wieder nach oben und komme dann oben rum! Ich komme unten rum! Dann müssten wir sie eigentlich finden! Ne, ne! Ich renne jetzt wieder zurück, Turbo und dann... Ach so, okay, ja! ...links rum! Also ich schwimme hier nicht durchs Wasser! Beklau mich! Beklau mich bitte! Schnell, schnell, schnell! Ja, komm! Beklau mich! Beklau mich! Los! Oh, scheiße! Was hat er mir geklaut? Nein! Bleib hier! Oh Gott! Nein! Oh nein! Scheiße! Beklau mich, beklau mich! Nein, uns hat er geklaut! Oh, scheiße! Der Dilo! Er hat's... Er hat's Falsche mitgenommen! Er hat alles mitgenommen und es hat nicht gereicht! Ich hatte nur 20 Pären! Was? Dodo wurde von... Oh, ich bin wieder bei mein... Ich bin in der Nähe meiner Tasche, oder wie? Warte! Oh Gott! Das ist ja mein eigener Bego, Alter! Jetzt hab ich gezogen! Bis jetzt hat Dori! Ich hab hier grad was von Dori gefunden! Ja! Und mein Dodo wurde grad getötet! Ja, das war glaub ich! Ja, und da ist noch ne Tasche! Hm, das ist mein Spot! Oh, hier ist ein Pelikan! Oh ja! Da ist die... Da sind die Meganeure! Ich bin auch gleich da! Ich hab die Meganeure gefunden! Oh, ähm... Pego, komm mal hinterher hier! Level 15, ey! Ich glaub den töte ich gleich! Da lauf ich lieber unten! Oh, fuck! Äh... So viele! Ja, ich sag ja, das ist richtig ätzend, und ich kann keine einzige meiner Taschen holen! Jo, die Meganeuren sind weg! Deine Taschen liegen hier! Meganeuren sind weg! Wo... Wo sind denn jetzt? Hä? Da! Sehr schön! Achso, ich muss ein bisschen weiterlaufen! Soll ich deine Taschen einsammeln? Ich bin gleich da, Moment! Jo, da ist dein ganzes Inventar drin! Hä? Wo... Oh, nee! Gefällt in 8 Minuten! Wo muss ich denn jetzt... Wo ist denn das... Oh, oh! Was verfolgt mich da gerade? Ich weiß nicht... Ich bin an einem... Ach, ich bin am falschen Bogen, ey! Oh, scheiß doch die Wand an! Ich bin am falschen verdammten Bogen! Was... Was war das gerade? Da unten ist jemand am Strand! Da? Da? Alter! Ich hab... Oh nein! Ich bin fast tot! Weil ich mich von meinem Scheiß-Pego erschrocken hab! Ich bin grad runtergestürzt! Ich bin beim Ei! Ich bin beim Ei! Da, da, da! Da! Einladen! Einladen! Ah, ich kann gar nicht einladen! Hab schon! Hab schon! Hab schon! Komm, Pies! Das sind deine, das sind deine! Das sind nicht meine! Die gehören mir nicht! Na, das sind ja nicht deine! Gott leicht zuhören ist einfach göttlich! Also, ich hab deine Tasche! Soll ich die mitbringen, Domi? Was? Soll ich dein Inventar mitbringen? Ja, bitte! Wo ist denn jetzt mein Pego da? Alter! Alter! Du alter Eiersammler! Ja! So! Eier! Wir brauchen Eier! Ja, Dori sammelt alle Eier! Nicht hier gehen! Weiß doch nicht, dass ich dich töte, bitte! Und meine Schätzelein! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Alter, das geht die ganze Zeit so! Oh! Sie steht vor mir, haut auf das Ding ein! Hast du sie eingeladen? Hast du sie eingeladen? Nein, ich kann nicht! Und Asim hat sie sich gerade selber getötet! Ich hab doch gesagt, ich hab, ich hab's geändert! Du kannst sie eingeladen! Das war nicht absichtlich! Nicht mitgekriegt! Nein! Und sie hat sich ja eh selbst getötet! Ja, dann hätte ich ja beim Wett sponen können! Ja! Ja, danke! Ich bin beim grünen, äh, beim grünen Versorgungsding! Beim grünen Versorgungsding! Ah, Dino! Ich mach auf und da ist so ein Viech und das macht schon... Ach, ich bin hier, wo der Terry ist! Na, herzlichen Glückwunsch! Na, du, Glückspilz auch! Aber, aber da bin ich ganz nah bei... Terry läuft genau in meine Richtung! Ich bin auf jeden Fall bei deinem Dino! Ich hab bis jetzt noch keinen einzigen Terry gesehen! Ja, dann geh mal zum grünen Ark! Ich seh den da die ganze Zeit! Soll ich ihn mal mitbringen? Na, nicht Ark, ähm, hier Versorgungsdings! Ich bring den mal mit! Hallo? Bist du, bist du friedlich? Hallo? Bist du... Nee, der ist nicht friedlich! Er hat mich angeguckt! Nee, er verfolgt mich aber auch gar nicht! Ist aber ein hübscher! So weiß mit dunklen Streifen! Ich komm mal jetzt wieder rumgerannt! Ja, aller Anfang ist schwer! Oh, ein Dilo-Ei! Huch! Hä? Ich bin überladen! Ach nee, ich hab keine Ausdauer! Und ich klau... Ich glaub natürlich an den Dilo vorbei! Hier sind ganz viele Eier! Weißt du was? Wenn du hier permanent die Eier klaust, dass die aggro werden, wundert mich nicht! Ich klau ja nicht viel von den Fleischfressern! Ich bin jetzt eigentlich, glaub ich, da, wo ich grad gestorben bin! Und ich hab keine Ausdauer! Warum mach ich keine Ausdauer? Wo ist denn jetzt das Ei hin? Also, ich mein, den Highway... Ja, ich stehe mit einer Leiche! Hä? Dann bin ich woanders! Hä? Eins... Drei... Drei... Geil! Ich hab vier Implantate von Dori! Ja, gut! Sind nur nichts wert! Schade! So, ich bin jetzt bei einer der Passagen! Hä? Wo bin ich denn dahin gelaufen? Dann bin ich wieder bei der falschen Passage! Ey, ich bin erschöpft! Wieso bin ich erschöpft? Sag mal, wo ist denn meine Ausdauer hin? Tja, nicht zu fassen! What is happening? Und den Alu hab ich immer noch nicht wieder gesehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob der hier wirklich existiert hat, oder ob sich da nur jemand einen Scherz erlaubt hat! Dabei bin ich hier der Admin! Ich hab ganz unbewusst was eingegeben und dann einfach mal so ein Alu gespawnt. Während ich gespawnt bin! Das wär's! Ähm... Nein! Mal was einsammeln hier! Vielleicht sollte ich mir einen Parasaurus holen! Aber die kämpfen ja nicht, ne? Nein! Scheiße! Die hier laufen genauso weg wie die Dodos! Ne, die Dodos greifen, glaub ich, an? Nein! So ist auch ein Fluchteam! So ein paar Bärchen gesammelt! Ich bin jetzt bei der Einstein-Passage! Äh, da! Meganeure! Geh weg! Bei der Passage, wo du vorhin die ganze Zeit warst? Nein! Warte mal! Ist das die? Ich hab die Orientierung drüber! Ja, ich glaube! Dann komm ich wieder zurück! Hier ist zumindest noch eine Meganeure! Oh, ein Ei! Peromastax! Oh Gott, ne, das glaub ich lieber nicht! Lässt nicht, ob die hier in der Nähe sind! Oh, ein roter PT! Oh, du bist hübsch! Null! Geh du mal Richtung Steintor! Aber ich hab's ja normal jetzt, ist eigentlich alles geplättet so weit! Du darfst nicht mehr viel rumrennen! Wenn das das Richtige ist! Ja, da kommt die Dori angerannt! Ah! Da kommt was hinter dir! Ja, das ist meins! Ach Gott! Kilos! Zehn und Horde Kilos! Machen sie nichts! So, bitte! Up in the tribe! Alter Falter! Yeah! Hat's endlich geschafft! Drei Jahre später! Deine Viecher kommen übrigens nicht hinterher! Oh, die kommen schon! Oh, ein Affe! Da vorne ist ein Dillo! Willst du haben? Willst du ihn haben? Ja! Okay, passiv! Der schwimmt weg! Oh, ist ein Level 5! Oh, ja toll! Vorführeffekt für mich! Alter! Level 5 wollen wir nicht! So, was haben wir denn eigentlich mit den Engrams? Ich hab jetzt gleich die Pfeile! Ich hab jetzt gleich die Pfeile! Sehr schön! Dori, ich hab dein Inventar noch! Moment! Ich mach hier nur grad einen Affen! So! Der rennt steil die Wand hoch! Ich guck das ab! Nein! Shit! Mir fehlt nur ein Level! Fuck, 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 fuck! Ich hab noch ein paar Pfeile! Ja, doch, doch, doch! Das ist Wertschöp! 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 Komm schon, hab Hunger! Mein kleiner haariger Freund! Wir werden beste Freunde! Also, sie zähmt sich immer was, was... Ja! Ich brauch was zur Beruhigung! Okay! Also, ich hab einen Pego durch, gell? Also, ich hab einen Pego durch, gell? Einmal! Schiffmetall habe ich bloß! Komm, krieg Hunger! Ich weiß noch, dass du Hunger hast! Komm schon! Komm schon! Ich hab ihn! Juhu! Wenn du in die Insel hoch gehst, da gibt's ganz viele Metallhäufchen! Magst du da was holen? Äh... Ja, ich weiß, aber wie komm ich da hoch? Äh, rumlaufen und auf der Seite hoch... Ah, Dino! Jodi, wo bist denn du jetzt? Äh, ich bin beim Bett! Hä, wo ist denn das Bett? Nee, da wo wir uns getroffen haben! Muss ich noch... 53 Sekunden warten, dann hast du noch einiges an Gammelfleisch! Perfekt! Wett in der Haut! Wollte da hoch, verdammte Kacke! Äh... Oh, ich bin ja nackt! Hast du Werkbank oder was, baust du? Ja! Okay, dann lege ich da jetzt Metallhäufchen rein! Werkbank und ähm... Wollte ich mal suchen! Ah! Eine Frau! Eine nackte Frau! Äh! Eine nackte Frau, ja! Ja! Mit einem Affen auf der Schulter! Nee, ich brauch erst, ähm... Metallpacke mal in den Mörser rein! Da liegt schon was drinnen! Okay! Ich brauch noch Stein! 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 Habe ich noch 55 da! Okay! Kannst du auch mit rein schmeißen! Ja! Mach ich! So! Und das... Meißen wir auch rein! Fleisch dann mal ins Feuer rein! Haben wir ja nicht genug! Hehe! � Scheiße! Gut! SCHÖRT! Vielen Dank.